Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich für euch mal wieder ein etwas technischeres Video. Ich mache ja eigentlich so technische Videos nicht so oft und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch nicht so technisch. Aber ich habe eine neue Kamera und ja, die wollte ich euch jetzt einfach mal kurz vorstellen, wenn da höchstwahrscheinlich mich diese Kamera hier, diese Kamera hier verlassen wird. Und ja, wenn ihr Interesse habt oder sehen wollt, was das für eine Kamera ist, dann bleibt einfach dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So, ich zeige euch jetzt auch mal die Verpackung. Ich habe die Kamera schon natürlich aus der Verpackung geholt und auch aus der Originalverpackung, also aus dem Karton und aus der Originalverpackung. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Originalverpackung und dann zeige ich euch die Kamera und dann zeige ich euch einfach die Qualität der Kamera. Dann schwenkt man mal rüber. Und so ist der Plan, genau. Und zwar habe ich mich hier für diese Kamera entschieden. Und zwar ist das die Sony Alpha 5100. Schaut so aus. Und ich habe mir sie auch in schwarz gekauft. Und ja, hier hinten steht noch alles drauf, was sie kann und so. So eine ganz normale Verpackung halt. Wie ihr auch sehen könnt, ist die Kamera eine spiegellose Systemkamera. Das heißt, ich kann das Objektiv wechseln, wenn ich das wechseln möchte. Und finde ich ganz cool, weil man dann verschiedene Objektive auch kaufen kann für verschiedene Fotos, Videos und so weiter. Und ja, das war die Box. Da ist halt noch Tadekabel, Papier, Handschlaufe, sowas alles ist da drin. Aber da ich nicht so technisch bin, lassen wir das mal lieber. Weil das ist ja auch kein Unboxing, weil ich habe die Kamera auch schon ausgepackt. Und jetzt kommen wir zu der Kamera, die ich euch gerade in dem, ähm, ja, in der Verpackung, auf der Verpackung gezeigt habe. Und zwar ist es diese Kamera hier. Wie gesagt, das ist die Sony Alpha 5100 oder auch Sony A5100. Ist eine ganz schöne, kompakte, kleine Kamera. Kann man gut in der Hand halten. Und natürlich hat sie ein Wechselobjektiv. Und weil ich sie gekauft habe, aus dem Grund, weil man das hochklappen kann. Also man kann sich wieder selber sehen. Finde ich ganz cool. Und, ähm, ich glaube, die Qualität ist auch echt nicht schlecht. Wir machen das hier vorne mal ab. Hier seht ihr halt jetzt die Kamera. Und wenn ich das hochklappe, dann seht ihr auch die andere. Und das Coole an der Esra, dass sie einen extrem schnellen Autofokus hat. Ich kann ran zoomen, indem ich da dieses, diesen Ring von dem Objektiv drehe. Oder hier an der Seite. Hier an der Seite ist noch so ein normaler Zoomregler, den ich benutzen kann. Und ich hoffe, dass es so so ist. Ja, das war der Zoom. Ähm, und ich kann aber oben an dem Rad auch nochmal den Zoom verstellen. Finde ich ganz cool. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, genau. Und dann würde ich einfach mal sagen, damit ihr auch die Kamera mal in Aktion seht. Dieses hübsche neue Teil. Ähm. Und schwenke ich jetzt einfach mal rüber und ihr seht dann die Qualität der neuen Kamera. Beziehungsweise die Qualität der Sony Alpha 5100. Obwohl ich denke, viele von euch haben die bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Na, wir schwenken jetzt mal rüber. So, wie ihr sehen könnt, filme ich jetzt aus der Handperspektive mit der Sony A5100. Und ja, entschuldigt, wenn ich immer wieder mal da oben reingucke, in die Kont- also in das Display. Aber, ja, das ist halt einfach ein bisschen Gewöhnungsmacher, weil ich halt immer gewöhnt war von der anderen Kamera, dass die halt, ja, anders, dass der, der, dieses Kontrollfenster, also das rankbare Display war nicht oben, sondern war an der Seite. Und deswegen ist das bestimmt noch ein bisschen ungewohnt für mich, aber ich denke, ich kriege das ganz gut hin. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr jetzt auch die Qualität. Also, wenn ich jetzt die mal so genau neben die halten würde, dann ist die Qualität doch schon was anderes. Nicht ganz so hell, was ich auch sehr schön finde. Nicht so diesen krassen Unterschied von der Softbox. Gefällt mir sehr gut und ich weiß nicht, ob ihr den Ton hören könnt, aber ich denke, der Ton wird einigermaßen in Ordnung sein. Gehe ich mal von aus und, ähm, ja, genau. Das ist so die Bildqualität und wenn ich hier rumschwenke, ihr seht auch, dass immer nur das im Vordergrund ist, was gerade im Fokus ist. Also, was im Vordergrund ist, ist im Fokus. Das meine ich. Bin total nebendran heute. Ähm, finde ich total cool und wenn man halt, man kann auch so rumzoomen. Da sieht man halt dann wirklich auch wieder nur das, was man sehen möchte und, ähm, ja, finde ich ganz cool auf jeden Fall und gefällt mir ganz gut. Jetzt muss ich halt mal gucken, ob ich auch wirklich die Kamera behalten werde oder nicht. Muss man mal sehen, aber ich denke, dass die Kamera, ähm, die Lumix FZ200 von Panasonic, die ist ja jetzt auch schon knappe zwei Jahre alt und da muss definitiv auch mal ein Update her. Ja, also die Sony A5100 soll eigentlich nur ein Update sein für meine Vlogging-Kamera. Mal gucken, wann dann ein Update kommt für meine große. Auf jeden Fall, ähm, wie ihr ja schon am Anfang des Videos gehört habt, ist es auf jeden Fall so, dass die Kamera, ähm, dass ich die verkauft habe. Ich habe die große, also die FZ200 und die jetzt praktisch dafür eintausche, aber natürlich wird das meine Hauptkamera wahrscheinlich, denke ich mal, nicht bleiben, weil, äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich mag sie einfach, weil sie handlich ist und deswegen halt als Vlogging-Kamera, aber für zu Hause denke ich doch, dass ich mir noch eine große kaufen werde, vor allem auch wegen der Tonqualität und so weiter. Ist vielleicht auch eine große gar nicht mal so schlecht und, ähm, ja, das dazu, das zu der Qualität, ich finde sie echt, echt schöner und die macht echt, echt schöne Haut. Oh, das ist echt Wahnsinn. Guck mal, wenn ich so mache, dann ist auch der Fokus relativ schnell. Entschuldigung, wenn ich immer nach oben gucke. Das irritiert mich noch irgendwie ein bisschen, aber ich versuche immer in die Linse zu gucken. Nein. Ähm, ja, das war es, das zu der Qualität und ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Qualität findet. Schreibt das mal da unten rein. Und dann würde ich sagen, schmeckt mir mal wieder zu der anderen Kamera. So, ihr habt jetzt die Qualität von der Kamera gesehen. Ich habe das ja jetzt so ein bisschen, äh, nebenbei noch gemacht. Und, ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat dieses Video ein bisschen gefallen, auch wenn es nicht wirklich technisch war. Aber es geht halt um ein schönes technisches Gerät. Und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so jetzt die Qualität findet. Da ich ja sowieso meine Lumix FZ200, also die Panasonic Lumix FZ200, ähm, schon verkauft habe, wird das definitiv, ähm, zu spät sein, wenn ihr mir schreibt, oh, Alicia, behalt doch die FZ200. Ähm, aber ihr könnt mir trotzdem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass ich diese kleine Kamera erstmal hauptsächlich als normale Kamera nutzen kann. Ähm, bis ich mir dann eine andere große gekauft habe, was auch nicht mehr so lange dauern wird. Aber man weiß ja nie, so zwei, drei Monate bestimmt noch, weil so eine Kamera kostet auch ganz schön viel Geld. Ähm, die Kamera kostet aktuell, also die Sony Alpha 5100 kostet aktuell bei Amazon 469 in schwarz, in weiß 499, also 499 und in braun auch noch 499. Ähm, ich glaube, überall anders kostet noch mehr, deswegen würde ich euch empfehlen, die bei Amazon zu bestellen. Ist auch ein sehr, sehr freundlicher Kundenservice und, jo, kann ich nichts gegen sagen, gegen Amazon. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 They say you made me come undone Now I know that it's okay Unlike my friends, you are nothing like them Try to be cool Even wear that shirt you wanted to My friends, think I'm lame Since I met you, I am not the same It was not meant to Be a fairy tale with a happy end Girl, you take care now I hope we can be full How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay Unlike my friends, you are nothing like them How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay Unlike my friends, you are nothing like them How could they say you made me come undone? I'm not broken, not broken, not broken How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay Unlike my friends, you are nothing like them Unlike my friends, you are nothing like them